Okay, die beiden sind schon durch. Wo sind sie hin? Von runter? Fertig. Was ist, wenn ich hier einfach springe? Und noch eine Pantone. An alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachricht zuletzt. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Sie suchte nach einem Weg, den Dämonen zu besiegen. Vielleicht mit Erfolg. Das wäre super. 28. November. Operation Enduring Victory macht Schlagzeilen. Der Ferro-Schwarm rückt an. Anita scheint Firebreak vor ihm verstecken zu wollen. Das heißt, sie glaubt, dass wir verlieren werden. Und der Schwarm Yellowstone erreichen wird. Mein Gott. Wenn das geschieht, sterben so gut alle. Alle aus der Seine. Inmitten des Vulkans. Ich muss irgendwie rüber. Tja. Dafür muss ich wahrscheinlich runter, oder? Ich habe nicht viel Wahl. Na gut. Planänderung. Und schütt. Okay. Hier kann ich einfach wieder hoch. Das ist aber nicht das Ziel. Ist das ein Langhals? Das ist ein Langhals, der da... Boah. Kaputt gegangen ist. Ich kann da nicht hoch. Also, man kann da von der einen Seite dann auf zur anderen Seite rüber. Au. Ich muss wieder hoch. Nein, 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 nein. Ich muss rüber. Ich will ja hoch. Okay. Ich dachte, ich... Uiuiuiui. Ich dachte, ich kann rüberspringen, indem ich mich von der Wand dann wegdrücke. Und hoch. Ja, warte mal. Ich muss ja eigentlich dir noch helfen. Wenn sie auch rüber können. Glück, kann ich das essen, wenn ich hier weiter bin. Boah. Irgendwie geht das nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Nein, nee, ich komme von hinten. Von hinten nach vorne dann. Ja, doch, doch. Ich bin richtig. Oh, man. Aber das ist schon etwas heftig jetzt hier. Sidewards. Kannst du denn hier drauf hopsen? Ja. Ich glaube nicht, dass das das Ziel ist, aber ist egal. Es hat funktioniert. Passt schon. Okay. 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 Warte mal. Ja, das Kernproblem ist, ich habe jetzt... Aha. Nee, so komme ich da nicht hin. Muss ich runter? Um nochmal hoch zu gehen? Wahrscheinlich schon. Oh, man. Das Ding ballert mich einfach in den Tod, wenn ich nicht schnell genug bin. Ah, ich muss rüberspringen. Okay, machen wir das. Komm, und... Nee, dann. Mann, ist es scheiße hier. Echt jetzt. Uff. Nein, war kein Scheiß-Bone hier. Okay. Nein, war kein Scheiß-Bone. Okay, so komme ich dann nach vorne. Aber muss ich das überhaupt? Komm, bloß nicht auf dumme Gedanken. Okay, ich warte bis er nochmal neu gezogen hat. Das sind ja mehrere. Ärgerlich. Ich bin, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Aber ich weiß nicht, ob ich... Ach, egal. Wir werden es jetzt dann gleich sehen. Komm, wenn du dich traust. Komm. Halt dich nicht. Oh, Scheiße. Und wie komme ich jetzt da rüber? Aha, indem, dass ich da runterspringe. Okay. Oh, Scheiße. Ei, ei, ei. Dass man hier wieder alles findet, ne? Komm, dann zerlegen wir die. Brauche ich ja dann ohnehin nicht, ne? Ich glaube, jetzt habe ich es hier. Okay, zeig dir den Abflug. Jetzt zieht uns das Ding rüber und dann können wir es aktivieren, oder? Ich habe nichts vergessen. Habe ich was vergessen? Okay, sieh gut aus. Jetzt wird die Frage, ob ich im richtigen Moment loslassen muss, oder? Nein, ich kann runterhopsen. Uiuiuiuiui. Okay. Perfekt. Die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Ja. Du, ein bisschen. Okay. Gut, wir brauchen keine Zeitvertretung, komm. Sieht wie der alte Pfad aus. Sie sind nah dran. Letztes lebe wohl. Die Stimme des Demons. War die Farbe von Silence nicht irgendwie violett oder so? Und die Farbe von Hades war rot? Würde aus der Kombination von violett und rot nicht pink entstehen? Genau das Konstrukt, das wir hier haben. Das würde ja dann bedeuten, dass Silence der Böse ist. Und mit dem Wissen von Hades sich seine eigene böse Maschine gebaut hat, wo er Herr ist. Kann das sein? Kann es sein, dass er die Macht von Hades, von dem, was er noch übergefunden hat, zwecksentfremdet hat? Um hier dann was zu schaffen? Die Farbkombination würde Sinn machen. Das wäre denkbar, oder? Das wäre denkbar. Hier gibt es kein blaues Licht. Ist die Stimme hier oder nur der Demo? Ich glaube, beide. Wir müssen es herausfinden. Oder es ist die Kombination aus rot und blau? War Silence eine Farbe blau? Rot und blau würde die auch violett ergeben. Als Gemix. Wir werden es gleich sehen. Oh man, ja, genau. Energie, ja. Nee, das geht nicht auf. Nee, das kann aber funktionieren. Ah, warte. Ah, falsche Seite. Zendieren, dass wir einfach das Ganze in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Und jetzt drehen wir den. Den auch noch? Dann geht's auf. Doch, doch, das geht aus. Perfekt. Das funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea. Der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Bekrankungen aufzuhören. Keine liegt im Affen. Aber ich... ... ... ... ... ... ... ... Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören? Ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Eli und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Dann fuhre ich dich. Dann fحst dich. Dann füre ich mich. Musik summit. Untertitelung des ZDF, 2020